meine damen und herren in der letzten folge hatten wir schwere verluste zum bewegen zu bemitleiden und das hier ist jetzt eine abschiedsfeier eine gedenkungsfeier an unseren verstorbenen hunde fleisch dog meat er war einer der besten der beste na der zweitbeste vielleicht damit doch mit er wurde von zwei jahre ein gedauber dient und musste leider ins gras beißen jericho irgendwelche worte du den armen doch mit ausrichten willst ja was gibt es nein willst du willst du doch miet was sagen wir hier um wenn es überall jede menge action gibt ja ok action 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 holen wir uns die action 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 ok election ich habe mir jetzt ein bisschen was anderes ausprobiert ein scaling filter eine skalierung eine schärfung das heißt das sollte ein bisschen schärfer ausschauen jetzt vielleicht auch nicht keine ahnung keine ahnung ich probiere das sowieso zu viel was habe ich vor das ist was zu weit weg hier drüben gibt es ein legendärer shotgun und dann ist da wenn die volt wenn wir in diese volt ist die volt wo ich raus gekommen bin oder die volt wie ich mit wo ich geflüchtet bin am anfang und das ist die frage erfüllte aufträge null ok hektik computer drei ganz wichtig bei mir mal schauen ah nein das ist die volt natürlich damit dort mit ist noch nicht mehr ganz tot und der nächste jaugwei kommt schon auf uns zu warum ist da ein jaugwei wenn wir sich rechnen verdammt ist das gerade hell und ich bin gut dass ich das sehe das wäre fast tödlich sonst wenn ich nicht in der kampfrüstung bin das ganz schlecht ok rein in diese volt und rast ist ziemlich weit oben gerade deswegen ist zu hell aber das passt hier wir brauchen nicht nicht dort jericho die frage ist wie sich das in bewegung ausschaut sonst schaut die eskalierung gar nicht schlecht das verdammt das ist hell bei mir gerade und da drin richtig dunkel bei mir im bildschirm was habe ich hier röst die nicht zwei pistole nackern pfaffen werden gebraucht kleines gewehr kann ich mir auflegen was habe ich sonst noch mit ich habe nicht wirklich viel gecheckt dunkel gewehr ein bisschen haben wir uns ja schon reingetraut hier wir haben das altmetall vergessen möchte sein kann ich mir nicht vorstellen dass die tippen sehr große gefahren darstellen ja nein intelligenz ist die beste gefahr schauen wir mal ob wir einen sneaky kriegen das ist gut wieder im spiel zu schauen das ist gut wieder im spiel zu schauen ok ok ja das sind keine gefahr die typen wird wird messer ich dachte ich habe das gehört ich mache mich aus dem staub das ist in der wohl zu dass man da ein bisschen zu sehr flashbacks kriegt mit violetten lichtern ich glaube nicht dass die leute in der gefahr sind hier ich bringe mich overpowered jones mit nur heckkünsten vielleicht nicht schwimmen muss ich gehe nicht schwimmen ein bisschen in den neuen hintergrund sonst wirkt es gott ziemlich ruhig in diesem spiel nicht mehr explodierende computer auch das volle ich finde das schwert eigentlich ziemlich cool außer dass es halt nicht stark ist nein das ist kein laserfall das ding hat genommen verdammt wie ist die leiche daher gekommen ich erwarte nicht die beste loot hier drinnen also nehme ich die kleinen dreckssachen auch mit recht und recht ich glaube ich glaube ja sehr schön papa nein ihr monster was habt ihr mit papa gemacht das ist zwar ein bisschen schwer aber warum nicht warum nicht das ist nicht diese meine actions sorry jericho die action ist grad ziemlich ruhig die action ist ruhig ja da gibt es hin die action ist mal ziemlich ruhig ein anfänger volt ja 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 hier ist natürlich kann man was zur bin ich da in irgendwas reingetreten wahrscheinlich gehirn echt nur dreck auch eine spieltermine die mir nicht ins gesicht auch gejagt worden ist auch sehr haben wir schon angetötet ich bin froh endlich aus mega von weg zu sein wir gehen gleich wieder zurück ist dumm ist dumm ok wo ist meine wissenschaftsfähigkeit ich sage immer man braucht keine intelligenz für dieses spiel anscheinend bereue ich es doch einmal nur flaschen keine mina keine sorge auf dem schreibtisch kein pfeil wird zurückgelassen komm schon ah hier ist ein bisschen fahrer als erwartet da da Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. ich bin spüren spüren alles leer wir schaffen es den pc zu hacken meine damen und herren wir sind nicht mehr so dumm wir haben ein bisschen wissenschaft dazu bekommen jetzt gehe ich da runter vielleicht bin ich irgendein schlüssel will nicht mentalmentez abhängig werden warum nehme ich das mit ah ja gute sachen altmetall das beste altmetall mögliche nur hier alles was ich brauche war hier ich gute sachen eigentlich echt gute sachen der panthena auf den kleinen kram soviel kleingram ein teil wird zurück gelassen aber wir kriegen gute loot ich sollte mich nicht beschweren und altmetall ein bisschen altmetall mhm kein teil wird zurück gelassen auch wenn er wertlos ist ok ich muss mal ein paar sachen reparieren die ich gerade bekommen habe ok warum nicht macht zwar keinen sinn aber das ist mein vierten bogen hier hinein da sind die psychos unter mir geht doch noch weiter runter ist da jemand ist da jemand in der sich jericho in der sich wer ist schon tot da ist der zweite kommt hier rein was haben wir denn ich bin tot irgendwie ein bisschen aufgefachen da hat er die düse nehmen sollen jetzt muss er mal aufsperren was Hey! Hmmmm Wop Boah, das ist sogar riesig hier Krass Nein Was? Gott leben? 50 Erfahrung Was zu viel Was zu viel Der verdammte Kragen an dieser Rüstung ist zu eng Ich gebe dir keine neue Keinen Fall Nichts 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 Puh Ich habe vergessen wie beschissen hier alles ist Ok Nichts exklusives Nehmen wir dann Häusl Ist auch was wert Hmmmm Ein typischer Bioshock Moment Wenn sie im Häusl runter kommen Oder rauf Oder sitzen einfach nur Ok, ok Ah, jetzt Wollen wir da zuerst entlang Wieder in der Zimmer Wöö Mein Wort gefiel mir besser Dann gab es auch mehr Loot Und mehr Äckchen Mit Anita Mua 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 Wöö Ach ich dachte schon ist nur ne Cola ich muss auch Klammern kaufen gehen merke ich oh das wird spannend gleich ich höre schon die Finger schwitzen nicht wert nicht wert wollen wir Pizze machen hat er dich alleine durch geschafft nein nein danke wird nicht vorgelesen weg oh je hätte ich nicht geschafft dann haben wir fast alles fast halt nur muss mir wieder mehr Wasser richten zu wenig verdammte Raucher okay wo war die Tür die eine Nacht zum Hecken hier 8 Hobby Pins und jetzt mussten wir sowieso dorthin das ist der Raum wo ich reingelogst habe aber hier lebt doch wer zuerst rechts hab ich dich wo ist das das Beste was du drauf hast ich wurde getroffen ist da jemand hat noch Schettluft in der Lunge gehabt moni brauche ich sogar nicht nur gut ausgerüst gerollt ja was denn jede menge schon gibt aber gern lassen sie sehen was sie haben gleich dann meine andere aufklärungsrüstung reparieren und dann schauen wie viel die unterschiedlich 14 20 wird vielleicht gar nichts besser sein doch schlafen nehmen wir das machen wir ok da war ich danke was zum Teufel was zum Teufel gute Arbeit, gute Arbeit wie auch immer das gemacht hat ah ja, natürlich rrrr 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 und rrrr 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 ach Kopf schraubt arm schraubt nur nicht verlassen Fgo zu schrauben N97 Nora Okay, da früh wieder chillen ich muss nur mal kurz zu atem kommen jetzt wieder ja was gibt es gut mir das auch wert nein was für ein trüb ich habe einen lebensko, schauen wir ob man reparieren kann habt ihr auch willy mcg gesehen? bedammt, ich glaube ich habe willy mcg gesehen muss wohl ganz schön high gewesen sein, echt krass hier drin was die auch immer verkaufen das zeug brennt dann die birne weg, apropos birne da ist niggel, oh ok ist das ein hinterausgang? wer natürlich nicht wert kein Fall wird zurückgelassen und wieder in der mini atombombe ich werde keinen fettball benutzen, die selbstmordgefahr ist zu hoch keine, kein hinterausgang, weg ok Zeit zum Offseer zu gehen Offseer da ist tot, da waren wir die beiden Zimmer haben wir da noch übersehen nein? ok dann zurück zu Offseer Jones wo komm ich rauf? nein? hier glaube ich wo komm ich rauf? yes schon zu sehr ein labyrinth hier drinnen ja ja Offseer Jones yeah ok ich muss jetzt nur noch Hecken schaffen uff clawing ist ein guter Start das ist ein ing wort nein 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 Das war es nicht wert. Das war es nicht wert. Ich dachte, dass die Tür nach unten öffnet. Aber nein. Nein, okay. Ein Achieal. Nein. Raus hier. Eigentlich kann ich euch die Reise aussparen und die Folge hier gleich beenden. Ja, ja, mache ich so. Ich gehe zurück verkaufen. Tschüss. So.